Das Konzentrationslager Flossenbürg war ein Konzentrationslager im Deutschen Reich, nahe der Grenze zum damaligen Sudetenland. Etwa auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Prag, es bestand von 1938 bis 1945 in der Gemeinde Flossenbürg bei Weiden im Oberpfälzer Wald. Heute befindet sich auf einem Teil des ehemaligen Lagergeländes eine Gedenkstätte. Aufbau des Lagers Das KZ Flossenbürg war von Anfang an als ein Konzentrationslager zur Ausbeutung von Zwangsarbeitern, als ein Lager zur Vernichtung durch Arbeit geplant. In diesem ersten Lager einer neuen, der zweiten Generation von Konzentrationslagern, richtete sich der Terror nicht mehr nur gegen die politischen Gegner der Nazis. Sondern auch gesellschaftliche Außenseiter sollten durch brutale Zwangsarbeit entweder brauchbare Glieder der Volksgemeinschaft, das heißt, willfährige Helfer werden oder der Vernichtung durch Arbeit, zum Opfer fallen. Als geeignete Standorte wurden Steinbrüche oder Ziegeleien mit Lehmgruben ausgewählt. Dieser neue Typos Konzentrationslager trug unter anderem der Tatsache Rechnung, dass die SS zeitgleich mit dessen Gründung erstmals begann, eigene wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Billigste rechtlose Arbeitskräfte sollten profitabel in den eigens zu diesem Zweck gegründeten deutschen ERD- und Steinwerken ausgebeutet werden. In diesen Lagern steigerte das Regime den Terror zu einer absoluten und sehr perfektionierten, bisher ungekannten Machtfülle, die mit unmenschlicher Zwangsarbeit, Hunger, Willkür und Schikane die Vernichtung von Menschen einplante und später fabrikmäßig organisierte, und das durchaus nicht nur im Geheimen. Denn Terror wirkt durch weitestmögliche Einschüchterung. Infolgedessen wurde der Bau des Konzentrationslagers vor der Bevölkerung nicht geheim gehalten. Von Anfang an waren an der Erstellung der benötigten Infrastruktur sowie am Lageraufbau öffentliche Verwaltungen und Privatfirmen beteiligt. Die Berliner Firma Kemper & M. Seeberger G lieferte sämtliche Baracken, die Notbeleuchtung lieferte die Münchner Firma Geber, Schweiger GmbH, die auch für die KZS Dachau und Mauthausen, die SS-Totenkopf-Standarte Ostmark sowie für die Sturmbandverwaltung 2 SS3 in Tobelbad bei Graz geliefert hatte. Für die Elektroinstallation bewarb sich die Firma Hans Karpf aus dem nahen Floß. Auch die Lieferung von Lebensmitteln für die Gefangenen und den SS-Totenkopfverband übernahm vielfach die private Wirtschaft. Schon der Aufbau des Lagers, das ursprünglich für 3000 Häftlinge und 400 bewachende SS-Leute geplant wurde, war vom erwähnten Terrorregime. Von unzureichender Ernährung und Unterbringung sowie von täglichen Schikanen bis hin zum Mord an Einzelnen durch die SS und ihre Helfershelfer. Gekennzeichnet Bevor der Aufbau des Lagers mit einer angrenzenden SS-Kaserne, Stacheldrahtsicherungen und Wachtürmen sowie Küche und Wäscherei abgeschlossen war, begann bereits die Arbeit im Steinbruch. Zum Zeitpunkt der Errichtung des KZ zeichnete sich aus der Regierungssicht eine riesige Nachfrage nach Baumaterialien durch das Reich ab. Großstädte wie Berlin, München unter anderem sollten in Führerstädte umgestaltet. Die Infrastruktur für den geplanten Krieg vorangetrieben werden, Himmler und die SS boten an, rasch und billig Natursteine und Ziegel zu liefern. Dafür pachteten die Dest 1938 für zehn Jahre vom Land Bayern ein Gelände am Wurmstein. Als die Rüstungsproduktion des Reiches ab 1942-43 immer mehr auf die zusätzlichen Arbeitskräfte aus den Konzentrationslagern angewiesen war, bestellte das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt die Lagerkommandanten zu Betriebsleitern der SS-Werker. Im Februar 1943 begann in Flossenbürg die Produktion von Kleinteilen für das Jagdflugzeug Messerschmitt Bf 109 der Messerschmitt GmbH Regensburg in den umfunktionierten Steinmetz-Hallen der Dest mit 200 Gefangenen. Aus den von der Dest für das Werk Flossenbürg angefertigten Monatsberichten Mai bis Juli 1943 geht eindeutig hervor, dass die Ausweitung der Flugzeugproduktion in Flossenbürg unabhängig von der im August 1943 erfolgten Bombardierung des Messerschmitt-Werkes in Regensburg von vornherein geplant war. Anfang 1944 arbeiteten schon 2000 im Oktober des gleichen Jahres über 5200 Gefangene in der Flugzeugproduktion. Galt für die Zwangsarbeit ein 12-Stunden-Tag. So wurde bei der Produktion für Messerschmitt auf das Dreischicht-System mit 8 Stunden je Arbeitsschicht umgestellt. Die Einweisungen zwischen 1938 und 1945 in ständig gestiegener Zahl zeigen auch in sehr anschaulicher Weise einen Wandel in der Zusammensetzung. Überwogen in den Jahren 1938 und 1939 deutschsprachige Häftlinge, die mehrheitlich mit einem grünen Winkel als Zeichen für sogenannte Berufsverbrecher in kriminalpolizeilicher Vorbeugungsschäft gekennzeichnet waren, änderte sich das Verhältnis ab 1940. Die Zahl der ausländischen Häftlinge stieg kontinuierlich mit der Besetzung weiterer Nachbarstaaten an. Die ausländischen Häftlinge erhielten in der Regel einen roten Winkel als Zeichen für politische Häftlinge, wobei die Nationalität durch ein entsprechendes Buchstabenkürzel im Winkel bezeichnet wurde, geschichtlicher Überblick. 3. Mai 1938 die ersten 100 Häftlinge aus dem KZ Dachau trafen ein. Reichsführer SS Heinrich Himmler wurde vom Inspekteur der KZ Theodor Eicke von diesem Ereignis informiert. Die Häftlinge arbeiteten in drei Steinbrüchen der Deutschen ERD und Steinwerke GmbH der SS ab 1941 in vier Steinbrüchen. Ende des Jahres 1938 waren 1500 Häftlinge in befristeter Vorbeugungsschäft inhaftiert. Das Lager wurde auch als grünes Lager bezeichnet wegen der inhaftierten asozialen und kriminellen. 27. September 1939 zu 1000 mit Rotwinkeln Gekennzeichnete kamen vom KZ Dachau nach Flossenbürg und blieben bis Frühjahr 1940. April 1940 zu 800 meistpolitische Häftlinge kamen vom KZ Sachsenhausen nach Flossenbürg. Nun waren 2500 Häftlinge im Lager. Heinrich Himmler besuchte das KZ Flossenbürg, das dann in die Lagerkategorie 2 eingestuft wurde. 1940 ein Krematorium wurde in Auftrag gegeben. Den Zuschlag erhielt die auf Abfall- und Müllverbrennungsanlagen spezialisierte Firma Curie aus Berlin. Zuvor waren die Leichen im Krematorium der Stadt Z verbrannt worden, doch die Kapazitäten reichten dort nicht mehr aus. Ende 1940 nahm das Krematorium Flossenbürg den Betrieb auf. Januar 1941 polnische Häftlinge vom KZ Auschwitz kamen nach Flossenbürg, bis Mitte 1941 waren es 700. Herbst 1941 es kamen 2000 sowjetische Kriegsgefangene, die in drei extra eingezäunten Baracken untergebracht wurden. Die Gesamtzahl der Häftlinge lag nun bei über 5000. Gleichzeitig fahndete in der Region die Gestapo nach sogenannten unbrauchbaren Elementen unter den sowjetischen Gefangenen. Entsprechend selektierte Gefangene wurden nach Flossenbürg gebracht und dort erschossen. 1942 wurden die Kriegsgefangenen in andere KZ deportiert. 1942 in Flossenbürg wurde die Kommandantur erbaut. In diesem Jahr befanden sich 1500 polnische Häftlinge im Lager. Mitte des Jahres 1941 bis 1944 aufgrund des Kommissarbefehls wurden sowjetische Kriegsgefangene exekutiert. Früher, 1942, es entstanden die ersten Außenlager des KZ Flossenbürg. 1943 zu 4000 Häftlinge befanden sich in Flossenbürg, von denen ausländische Häftlinge den Großteil ausmachten. Die größte Gruppe waren Polen, gefolgt von sowjetischen Kriegsgefangenen und sowjetischen Zivilarbeitern. Nach der Kriegshälfte kamen Franzosen, Belgier und Holländer. Mitte bis Ende 1944 kamen 8126 osteuropäische Juden nach Flossenbürg. 1943 zur Steigerung der kriegswichtigen Produktion kooperierte der Messerschmitt-Konzern im Jahre 1943 und die deutschen ERD und Steinwerke GmbH mit der SS. So wurden Teile der Produktion von der Regensburger Messerschmitt GmbH nach Flossenbürg verlagert. Die Steinbrüche, in denen noch 530 Häftlinge arbeiteten, verloren an Bedeutung. Anfang 1945 wurde die Produktion von Granit eingestellt. Im Herbst 1944 waren 8000 Häftlinge im überfüllten Lager. Unter dem letzten Lagerkommandanten Max Kögel verschlechterte sich die Lage der Gefangenen dramatisch. Flossenbürg wurde zum Zentrum eines weitverzweigten Lagersystems mit fast 90 Außenlagern. Über 5000 Häftlinge arbeiteten für Messerschmitt bei der Produktion des Kriegsflugzeuges Messerschmitt Bf 109. Ende 1944 Für die Kriegsproduktion wurde in mehr als 100 Außenlagern von Flossenbürg gearbeitet. Leitmeritz und Herzbruck waren die größten Außenlager. April 1945 Kurz vor Kriegsende wurde Flossenbürg in mehreren Todesmärschen evakuiert. 23. April 1945 Das KZ Flossenbürg wurde durch die US-Armee befreit. Mai 1945 Das ehemalige KZ-Lager Flossenbürg diente für Gefangene SS- und Wehrmachtsangehörige als Internierungslager. Herbst 1945 Es wurde bis 1947 ein Lager durch die UNRRA für sogenannte Displaced Persons eingerichtet. 1. September 1946 Grundsteinlegung der Gedächtniskapelle 27. Oktober 1946 Einweihung des KZ Friedhofs in Flossenbürg Ab 1948 Flüchtlinge und Vertriebene nutzten die Lagereinrichtungen, bis sie eine Unterkunft fanden. Anschließend verschwanden die ehemaligen Lagerbaracken und andere Lagereinrichtungen. Punkt Tagesablauf Außenlager Zum KZ Flossenbürg zählten eine Reihe von KZ-Außenlagern, die in der Liste der Außenlager des KZ Flossenbürg aufgeführt sind. Das KZ-Außenlager Hersbruck war das größte Außenlager des KZ Flossenbürg und existierte vom Frühjahr 1944 bis zum April 1945 mit bis zu 10.000 Insassen. Ein Außenlager bestand von 1942 bis 1945 auch in Pottenstein. Ungefähr 700 Gefangene mussten Sklavenarbeit zum Ausbau der Teufelshöhle und des schönen Grundsees leisten. Ein weiteres Außenlager war die Grube Richard in Litom-Jesitze, eine unterirdische Fabrik zur Herstellung von Teilen der V1- und V2-Rakete. Die Leitung der Grube hatte der Baustab unter Walter Schlemp und dessen Stellvertreter, dem späteren deutschen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke, Gefangene. Im Konzentrationslager Flossenbürg waren zwischen 1938 und 1945 insgesamt mindestens 85.000 Personen inhaftiert. Jedoch wurde die Dokumentation der Lagerinsassen in den letzten Monaten vor der Befreiung des Lagers durch die 90. Infanterie-Division der U.S. Army am 24. April 1945 nicht mehr geführt. Nationalitäten bekannte Häftlinge Jack Angazerin, britischer Agent. Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Theologe und Widerstandskämpfer. Wilhelm Canaris, Admiral, deckte Offiziere, die sich dem Widerstand angeschlossen hatten. Gustav Kennewell, Journalist. Leopold Fiegel, österreichischer Politiker. Goswin Franken, Philologe und Literaturwissenschaftler. Ludwig Gere, Offizier und Widerstandskämpfer. Andriy Yushchenko, Vater des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Yushchenko. Josef Kohut, KZ-Überlebender und bekannt durch das Buch Die Männer mit dem rosa Winkel. Martin Löwenberg, Mitbegründer der VVN und des FDGB, sein Stammlager war das KZ Flossenbürg. Ennest Mandl, marxistischer Ökonom und Widerstandskämpfer. Hans Oster, General und Widerstandskämpfer. Ernst Perelts, Vater des Widerstandskämpfers Friedrich Justus Perelts, starb kurz nach der Befreiung an den Folgen der KZ-Haft. Friedrich von Rabenau, General und Theologe. Widerstandskämpfer. Karl Sack, Jurist und Widerstandskämpfer. Jaimarschacht, Reichswirtschaftsminister, Reichsbankpräsident. Kurt Schumacher, SPD-Politiker. Kurt von Schuschnigg und seine Frau. Österreichischer Politiker, auch im KZ Dachau, KZ Sachsenhausen. Fritz Seppmann, DDR-Wirtschaftsminister und Schriftsteller. David Spiro, Rabiner. Johann Staud, österreichischer Politiker. Leo Steinwick, Motorradrennfahrer. Theodor Strüng, Jurist und Widerstandskämpfer. Jakteri, Autor. Franz Thaler, Sahne, Autor und Federkielsticker. Marcel Faffayi, französischer Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das Naziregime. Hugo Walleitner. Vittore Bocciter, italienischer Bildhauer, Maler, Wissenschaftler und Mitglied der Resistenz-Schar. Josef Müller, Abgeordneter der Bayerischen Volkspartei und nach 1945 der erste Vorsitzende der CSU. Franz von Bayern, Oberhaupt des Hauses Wittelsbach. Wenzel, Pfarrer, Schutzhäftling Nummer 1830, GEP. 17. November 1921, Inthaus, Student der Landwirtschaft. 19. Juni 1940 bis 11. Dezember 1941. Lagerkommandanten und Personal. SS-Sturmbannführer Jakob Weiseborn. SS-Obersturmbannführer Karl Künstler. Schutzhaftlagerführer SS-Hauptsturmführer Karl Fritsch. SS-Sturmbannführer Egon Zill. Gegen Zill erging 1952 Haftbefehl. Er wurde im April 1953 in Hamburg verhaftet. 1955 erging vom Landgericht München II das Urteil lebenslängliche Haft wegen Anstiftung zum Mord im KZ Dachau. SS-Obersturmbannführer Max Kögel. Im Juni 1946 wurde er verhaftet. Während der Haft im Gefängnis Schwabach beging er Suizid. SS-Unterscharführer bei der Waffen-SS-Zahnarzt Christian Franz Weck. Fünfeinhalb Jahren Zuchthaus wegen Beihilfe zum Mord. Schutzhaftlagerführer Hans Aumeier. Ende des Lagers. Im Jahre 1945 bildeten Häftlinge aus Polen, der Sowjetunion, Ungarn und Frankreich die größten nationalen Gruppen. Die lagerinterne Häftlingsselbstverwaltung blieb jedoch in Flossenbürg fast ausnahmslos mehrheitlich in den Händen der Grünwinkel. Die Nachkriegsklassifizierung der Konzentrationslager auf Reichsebene, die beispielsweise Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen als politische Lager einordnet, Flossenbürg jedoch eher als ein Lager der Kriminellen und Asozialen bezeichnet. Rührt wohl in erster Linie aus dem geschilderten Sachverhalt etwa 100.000 Gefangene waren insgesamt in dem Lager. Von ihnen starben mindestens 30.000. Trotz ständiger Lagererweiterungen überstieg die Zahl der Insassen die Aufnahmefähigkeit stets bei weitem. Die Bedingungen im Lager waren unvorstellbar hart. Die schwere Arbeit in den Steinbrüchen und die unzureichende Versorgung der Gefangenen sowie die Grausamkeit der Bewatscher kostete viele Häftlinge. Das Leben Das KZ Flossenbürg wurde nach 1943 zu einem umfangreichen Netz mit 94 Außenlagern in Bayern, Sachsen und Böhmen ausgebaut. Ab 1943 wurden die KZ Gefangenen für die Produktion in Rüstungsbetrieben wie die universelle Werke J.C.I.Müller und M.K. sowie zur Produktion von Messerschmitt-Flugzeugen ausgebeutet. Im April 1944 begann für die Häftlinge die katastrophalste Phase ärztlicher Tätigkeit, ärztlichen Versagens und medizinischer Tötungspraxis. Der Arzt Heinrich Schmitz führte zahlreiche unnötige Operationen durch. An denen nach Aufzeichnungen eines Häftlingsarztes etwa 250 Häftlinge starben. Zwar begann die SS am 8. April 1945 mit der Beseitigung von Spuren ihrer Taten im Konzentrationslager. Allerdings wurden noch am Morgen des 9. April 1945 auf ausdrücklichen Befehl Hitlers Bonhoeffer, Canaris Gere, Oster und Strünk. Am 14. oder 15. April von Rabenau hingerichtet, am 20. April 1945 befahl der Lagerkommandant Max Kögel einen Todesmarsch zum KZ Dachau. Etwa 1.600 Gefangene blieben zurück, da sie marschunfähig waren. Am 23. April 1945 erreichten die 90. und 97. Infanteriedivision der 3. US-Armee die Gemeinde und nahmen sie kampflos ein. Von den zurückgebliebenen Gefangenen starben viele in den folgenden Wochen durch die Nachwirkungen der Lagerhaft. Nach Kriegsende wurden über 5000 Leichen entlang der Routen der Todesmärsche geborgen. Nach 1945 wurden im Lager SS-Männer, Flüchtlinge und Vertriebene untergebracht. Kriegsverbrecherprozesse Der Flossenbürg-Hauptprozess war ein 1946-47. von der United States Army in der amerikanischen Besatzungszone am Militärgericht in Dachau. Durchgeführter Kriegsverbrecherprozess In diesem Prozess waren 52 Personen angeklagt worden. Das Verfahren endete mit 40 Schuldsprüchen. Offiziell wurde der Fall als United States of America vs. Friedrich Becker-Eall, Case 000-50-46 bezeichnet. Dem Flossenbürg-Hauptverfahren schlossen sich 18 Nebenverfahren mit 42 Angeklagten an, die ebenfalls im Rahmen der Dachauer-Prozesse stattfanden. Dabei kam es zu 24 Haftstrafen, davon 8 lebenslänglichen Strafen und 7 Freisprüchen. Es wurden 11 Todesurteile ausgesprochen. Sechs Todesurteile wurden vollstreckt. Gedenkstätte Gebäudereste 1958 wurde auf Teilen des Geländes eine Wohnsiedlung errichtet. Zuvor befanden sich hier die Gefangenenunterkünfte. Die charakteristische Anordnung der Gebäude ist in der Siedlung noch heute erkennbar. Bei dem Terrain handelt es sich um einen Hang, was für ein KZ untypisch war. Auf dem Foto ist links neben dem Kommandanturgebäude die erste Häuserreihe zu sehen. Andere Teile des Lagers wurden nach dem Krieg zeitweise gewerblich genutzt, beispielsweise als Lagerhallen. Auch der Steinbruch wurde nach dem Krieg weiter betrieben. Im Juni 2006 wurde das Lager mit den Bauten der NS-Zeit zum Denkmal erklärt. Träger der Gedenkstätte ist die Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Ehrenfriedhof In den Jahren 1957 bis 1960 wurde ein Ehrenfriedhof für die Opfer des Konzentrationslagers angelegt. Hierhin wurden die Leichen der Häftlinge, die bei den Todesmärschen ermordet wurden und auf Friedhöfen entlang der Marschrouten bestattet wurden. Umgebettet über 5.500 Menschen sind auf dem Ehrenfriedhof beigesetzt. 1995 zum 50. Jahrestag der Befreiung des KZ wurde der Zustand der Gedenkstätte als reiner Friedhof von den Überlebenden kritisiert. Mit Ausnahme des Krematoriums waren fast alle Spuren des Lagers beseitigt worden und das ehemalige KZ-Gelände stellte sich als Wohnsiedlung, Gewerbegebiet und Ehrenfriedhof dar. Ausstellung Von 2004 bis 2007 wurde in umfangreichen Bauarbeiten das Gebäude der ehemaligen Wäscherei restauriert und eine Dauerausstellung mit dem Titel Konzentrationslager Flossenbürg 1938 bis 1945 eingerichtet. Auf zwei Etagen werden Themen wie die chronologische Entwicklung des Konzentrationslagers, Einzelschicksale der Häftlinge und Häftlingsgruppen behandelt, Heizzentrale und Häftlingsbad wurden als historisches Raumessemble belassen. Die Eröffnung fand am 22. Juli 2007 statt. 62 Jahre nach der Befreiung verfügt das KZ Flossenbürg nun erstmals über eine Dauerausstellung, die die Gesamtgeschichte des KZ Flossenbürg mit all seinen Außenlagern umfassend dokumentiert. Ausgestellt sind unter anderem Werke der Künstler Erich Merker und Leo Götz, die zwar Ausschnitte aus dem Betrieb des Konzentrationslagers 1941, 1942 oder idealisierte Arbeiter zeigen, aber durch Weglassen der dort arbeitenden KZ-Häftlinge die Situation verschleiern, die Gedenkstätte erhielt 2011 den Bayerischen Museumspreis.